Diese wunderschöne Ford Grand C-MAX Business könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stellen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der EcoBoost Euro 6 Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren erleichtern den Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. 16 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Grand C-MAX schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem eleganten Ford Grand C-MAX und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch keine Verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Okay. Musik